Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered bei Baden TV. Wir wollten wieder eine Streifenoptik haben. Ich glaube, es ist besonders dynamisch ausgefallen, dass unser Heimtrikot, aber auch die beiden anderen Trikots, werden den Fans, den Zuschauern, den Mitgliedern gefallen. Ich glaube, da ist uns ein gutes Design gelungen. Wie gesagt, wir haben ein blaues Auswärtstrikot und ein Ausweichtrikot in badischen Farben. Also von daher, die ganze Palette ist wieder angeboten und speziell das Heimtrikot gefällt mir persönlich und auch vielen anderen schon sehr gut. Ist es so, dass wir uns an dem erfolgreichen Trikot auch auf Wunsch des Vereins angelehnt haben, dass wir einen größeren Weißanteil haben, dass wir durch die breiteren Streifen, die wir ins Design eingebaut haben, eine sehr, sehr dynamische Optik haben und eben mit dem größeren Weißanteil dann auch eine deutliche Unterscheidung zum bestehenden aktuellen Trikot haben. Ja, wir hatten ja mit Jako bereits von 2000 bis 2009 eine neunjährige gute Partnerschaft und jetzt sind wir wieder zusammengekommen. Das Angebot hat einfach gepasst. Die Verhandlungen waren sehr positiv und freundschaftlich und wir haben gemeinsam etwas vor und sind deswegen sehr froh, dass wir Jako als Partner wieder im Boot haben. Wenn dann auch noch die positive sportliche Entwicklung dazukommt, dann ist es umso besser, aber planbar. Das wissen wir, glaube ich, alle. Es ist im Sport absolut nicht und deswegen haben wir unser Engagement nicht daran geknüpft, dass wir gesagt haben, wir setzen voll auf die Karte Aufstieg, sondern wir setzen voll auf die Partnerschaft mit dem Verein. Das nächste Jahr in Folge die Zusammenarbeit mit dem KSC. Haben Sie auf den Aufstieg in die erste Liga spekuliert oder wie kam es dazu? Geträumt. Geträumt, ja. Ganz klar. Wer nicht. Zumal zum Schluss hin mit Platz drei bzw. vier und dann hochzurutschen auf Platz zwei. Also so nach dem Motto, ich muss jetzt nur noch durch diese Tür gehen, aber es hat nicht sein sollen. Aber eine ganz, ganz kleine Rechtsfunkerhoffnung haben wir noch alle, hoffe ich. Es ist eine echte Freundschaft entstanden, aber auch honorieren wir und es freut uns sehr, dass auch Kleiber in Schwerenzeichen zum KSC gestanden ist. Und deswegen verlängern wir die Partnerschaft jetzt und sind auch darüber sehr froh. Es hat Höhe gegeben, es hat Tiefe gegeben. Wir sind mit dem Verein, haben wir unter sehr schwierigen, wirklich sehr schwierigen Bedingungen angefangen. Und es wurde von Jahr zu Jahr wirklich besser. Vom Verein, von der Führung, von allem. Und der Abstieg, wo damals für alle eine Katastrophe war, war im Nachhinein eine gute Sache, weil es war die Chance gegeben zum Neuanfang. Und dass man sich neu aufstellen konnte. Sonst glaube ich nicht, dass man heute da wäre, wo wir heute sind. Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.